Wir gucken uns jetzt mal an, wie man eine Redoxgleichung löst. Ich habe als Beispiel die Herstellung von elementarem Chlor aus Chlorwasserstoff und Kaliumpermanganat gewählt. Als aller allererstes muss man die Oxidationszahlen bestimmen. Dafür gibt es ein paar Regeln, die eine bestimmte Priorität haben. Wenn man die beachtet, kann man in der Regel die Oxidationszahlen bei den meisten Verbindungen feststellen, ohne in irgendeiner Art und Weise etwas über die Strukturformeln aussagen zu können. Eine dieser Regeln sagt, Wasserstoff hat die Oxidationszahl plus 1 in Verbindungen. Gut, nehmen wir mal. Als Summe der Oxidationszahlen muss die Ladung des Teilchens rauskommen, hier in diesem Falle 0, also muss das Chlor-Teilchen die Oxidationszahl minus 1 haben. Beim Kaliumpermanganat läuft das genauso. Sauerstoff als Regel hat die Oxidationszahl minus 2. Kalium und Mangan kennen wir beide nicht. Kalium steht aber in der ersten Hauptgruppe und Alkalimetalle haben immer in Verbindungen die Oxidationszahl plus 1. Und jetzt können wir ein bisschen rechnen. 4 mal minus 2 macht minus 8, plus 1 macht minus 7. Insgesamt muss 0 rauskommen, also muss das Mangan die Oxidationszahl plus 7 haben. Beim Kaliumchlorid sieht das so ähnlich aus. Kalium, Alkalimetall, erste Hauptgruppe, Oxidationszahl plus 1. Das Chloridion muss dann die Oxidationszahl minus 1 haben. Beim Manganchlorid, naja, wir schauen mal, das Chlor in der siebten Hauptgruppe hat dann in der Regel die Oxidationszahl minus 1, als außer irgendwelche anderen Regeln entsprechen oder passen da nicht mehr. 2 mal minus 1 macht minus 2. 0 muss rauskommen. Mangan, Oxidationszahl plus 2. Beim Wasser sieht es jetzt so aus, dass wir die beiden Oxidationszahlen eigentlich schon durch die Regeln kennen. Wasserstoff plus 1 mal 2 macht plus 2. Sauerstoff minus 2 passt. 0 kommt raus. Chlor als Element hat die Oxidationszahl 0. Jetzt können wir uns die Oxidationszahlen angucken und feststellen, welches Teilchen reduziert wurde und welches Teilchen oxidiert wurde. Oxidation bedeutet immer Abgabe von Elektronen. Das heißt also, die Oxidationszahl wird positiver. Das ist in diesem Falle das Chloratom. Das wechselt seine Oxidationszahl von minus 1 zu 0. Das ist also die Oxidation. Mangan hat hier die Oxidationszahl plus 7, hier die Oxidationszahl plus 2. Das heißt, es nimmt Elektronen auf formal und damit wird das Mangan reduziert. Diese Gleichung, so wie sie hier steht, ist ja nun beileibe nicht ausgeglichen. 1, 2, 3, 4, 5 Chlorteilchen. Auf der linken Seite nur 1. Sauerstoff hier 4 mal, hier 1 mal. Irgendwie passt das alles nicht. Aber das, was da jetzt noch nicht passt, wird sich wahrscheinlich in Wohlgefallen quasi auflösen, wenn wir diese Redoxgleichung richtig lösen. Und das schauen wir uns mal an. Als erstes mal die Oxidation. Habe ich schon mal vorbereitet. Wir haben eben gesehen, Chlorwasserstoff wird oxidiert, beziehungsweise das Chlor wird oxidiert zu elementarem Chlor. Ich habe da schon mal die beiden Elektronen hingeschrieben. Chlor wechselt seine Oxidationszahl von minus 1 zu 0. Das heißt, pro Chloratom wird ein Elektron abgegeben. Für ein Chlormolekül brauchen wir zwei davon. Das heißt, wir kriegen zwei Elektronen raus. Da wir aber rechts jetzt zwei Chloratome stehen haben, brauchen wir auch links zwei Chloratome. Das heißt, wir brauchen zweimal Chlorwasserstoff. Der Wasserstoff steht jetzt rechts noch nicht. Deswegen muss da rechts auch hin. Der behält aber seine Oxidationszahl als Ladung, also plus 2H+. Gucken wir uns die Reduktion an. Die ist nicht viel schwieriger. Kaliumpermanganat wird zu Mangan 2+. Wir haben hier oben gesehen, sieben Elektronen, äh, Oxidationszahl plus sieben, wird zur Oxidationszahl plus zwei. Das heißt also, das Mangan muss fünf Elektronen aufnehmen. Die anderen Teilchen aus dem Kaliumpermanganat, die stehen hier rechts noch nicht. Die behalten wir einfach übrig. Die behalten ihre Oxidationszahl wieder als Ladung. Also plus K plus und plus 4O2 minus. Diese kleine 4 muss man beachten. Jetzt könnte man die beiden Teilgleichungen links und rechts zusammenzählen, hätte aber ein kleines Problem. Denn es werden zwei Elektronen abgegeben, hier. Aber wir brauchen fünf Elektronen, um aus einem Mangan 7 ein Mangan 2-Teilchen zu machen. Wo kriegen wir die restlichen Elektronen her? Die bekommen wir dadurch, dass wir das Verhältnis dieser Verbindungen zueinander ändern. Und zwar suchen wir jetzt das kleinste gemeinsame Vielfach von 2 und 5, das ist 10. Das heißt also, wir brauchen diese Gleichung fünfmal und diese Gleichung zweimal. Wenn wir jetzt beide Seiten zusammenzählen, dann bekommen wir vernünftige Teilchenzahlen. Schauen wir uns mal an. Ich habe das Ganze schon mal wieder vorbereitet. Wir haben jetzt 2 mal 5 macht 10 HCl. Das sieht in grün aber noch besser aus. Wir haben 2 mal Kalium-Permanganat. Die zehn Elektronen haben wir links und haben wir rechts, die lasse ich jetzt weg. Wir haben 5 mal Chlor, 10 mal H+, 2 mal K+, 2 mal Mn2+, und 8 mal Sauerstoff. Den nehmen wir auch noch mit dazu. So, jetzt sieht das Ganze aber noch ein bisschen komisch aus und schon gar nicht wie hier oben mit den ganzen Verbindungen. Jetzt muss man daran gehen, die geladenen Teilchen zu sortieren. Und das Erste, was man jetzt sieht, ist, dass wir hier H-Ionen haben und hier O2-Ionen. Die Teilchen zusammen bilden immer Wasser. Und das sollte man immer so machen, dass rechts bei der Redoxgleichung immer Wasser rauskommt. Und dann muss man halt zusehen, wo links eventuell H- oder etwas anderes herkommt. In unserem Fall setzen wir die beiden mal zusammen. Ich schreibe die untereinander, dann wird das ein kleines bisschen deutlicher. Und jetzt bräuchten wir Wasser. Aus 8 O2-Teilchen müsste eigentlich 8 mal Wasser werden. 8 mal H2O. Für 8 mal H2O brauchen wir aber 16 H-Plus-Teilchen. Wir haben aber nur 10. Wo kriegen wir jetzt die restlichen 6 H-Plus-Teilchen her? Da müssen wir auf die linke Seite der Gleichung gucken. Und da gibt es einen Stoff, der uns H-Plus-Teilchen liefern kann, nämlich den Klorwasserstoff. Das ist eine Säure. Säure kann H-Plus abgeben. Also besorgen wir uns noch genauso viel HCl, wie wir hier rechts brauchen. Nämlich genau 6 Stück noch. Uns fehlen ja 6 H-Plus-Teilchen. Also 6 mal HCl kommt noch dazu. Ich nehme mal das Wasser wieder weg. Das wird etwas unübersichtlich. Wenn wir jetzt links 6 mal HCl dazu gepackt haben, dann haben wir aber jetzt noch Chlorid-Teilchen übrig. Die 10 Chlor-Atome hier aus dem HCl, aus dem ersten HCl, die sind hier im elementaren Chlor gelandet. Jetzt haben wir aber 6 mal HCl dazu gepackt. Die H-Plus-Teilchen brauchen wir fürs Wasser. Schreibe ich hier nochmal dazu. Plus 6 H-Plus. Und jetzt haben wir noch 6 mal Cl- übrig. Und wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, dann kann man schon ein klein bisschen besser sortieren. Um das nochmal besser zu sortieren, habe ich die Gleichung noch einmal kopiert. Und jetzt können wir das Ganze sortieren. Und man kann sehen, hier aus dem H-Plus haben wir gesagt, wird Wasser. Also setze ich da Wasser rein. Sieht ein bisschen hübscher aus. Schon mal. Können wir auch besser zu sortieren. Wir brauchen 16 HCl 2 mal Kaliumpermanganat 5 mal Chlor und 16 mal H-Plus 8 mal O2- macht 8 mal H2O 2 mal K-Plus 2 mal MN2-Plus 2 mal MN2-Plus und 6 mal Cl-Minus Und jetzt kann man im letzten Schritt noch sehen, aus dem Kalium-Ionen und den Mangan-Ionen und den Chlorid-Ionen bilden sich genau diese Verbindungen, die wir hier oben haben wollten, nämlich KCl und MNCl2 2 mal K-Plus und 2 Cl- bildet KCl zusammen 2 MN2-Plus und 4 Cl- bildet zusammen 2 mal Mangan-Chlorid 2 mal AB 3 2 mal MN3- 이런 Bios